Wir sind Lionhead. Heute eigentlich nur ein Teil davon. Unser Bassista Viktor ist leider beim Bundesheer. Das spannert heute am Seinen ziemlich ein. Wir sind heute ein bisschen akustischer unterwegs. Das passt zu der gemütlichen Bühne, glaube ich, auch ganz gut heute. Wir haben sich eigentlich schon früh gefreut auf den Abend. Abend ist gut, eigentlich zum Winter. Gestern wahrscheinlich nicht so lang früh zu sein. Wer das nicht kennt hat, das war Sweet Home Alabama. Und jetzt geht es dann weiter mit etwas Neuerem, also radio-tauglicherem, wenn man so will. Jetzt geht es weiter mit Root von Magic und Wake Me Up with Paper 1.5. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020